Ich wollte es auch unbedingt irgendwann einmal zurückgeben, selbst im Sport erfolgreich gewesen und wollte nun meine Expertise einfach jemandem zukommen lassen, die vielleicht nicht alle Vorteile im Leben genießen können. Und mit dieser Sportart gehen wir Ihnen Bühne, nicht nur den Sport zu betreiben, sondern auch sozial integriert zu sein, Inklusion zu leben und von Anfang an in dieser Welt oder in dieser Welt zu partizipieren. Wie trainiert ihr diesen Tanz? Kannst du uns da ein bisschen was über das Training erzählen? Ja, das läuft sehr gut mit mir. Ja, das Training macht mir Spaß und ich freue mich wieder mal hier so zu sein. Das ist ein bisschen Wimpyx, bitte freue mich an. Es war schon schwierig, nur ich musste die Eskope und die Choreografie machen. Es war nicht so leicht, wie ich gedacht habe, aber ich werde es schaffen. Ich hoffe, ich habe es geschafft.